Wie kommt man da rein? Zeig mal was es da Gutes gibt für dich. Schrimps. Deswegen ist es so drauf. Picknick im Auto. Schaut euch das an. Das ist doch der Wahnsinn. Ist aber mal wieder gut. Hallo? Scampis heißen die Dinger, nicht Schrimps. Alter. Dieses Vibe. Mimi. Hallo. Das ist nicht dein Essen. Der Wahnsinn. Habt ihr das jetzt aufgemacht? Nein. Ja? Du? Ja? Jetzt kann man sprechen. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Du ey. Ist nicht dein Salat. Oh, jetzt hat er. Die Tür öffnet sich. Gib her, gib her. Schneller. Ah. Oh je. Hm. Sieht nicht aus. Ne, das sieht man nicht. Was ist davor? Na ja. Hm. Dauert aber jetzt lang, bis es aufgegessen hat. Sonst ist er ja schneller. Er schmeckt dir aber gut. Hmhm. Würde mir übrigens auch schmecken. Ja, mir auch. Ach, Clampi. Sie hat jetzt schon vier Stück verputzt davon. Oh, ganz schön heftig. Sie kommt. Achtung. Na? Du? Da wüsste ich keinen mehr. Ja. Wie sie schaut. Ah, jetzt hat sie es aufgegeben. Pass auf, die springen dann gleich auf den Schoß. Ne, doch nicht.